Ich nehme einfach mal auf und ich hoffe, dass alle, die in Mumble sind, die nicht zur Aufnahme gehören, jetzt den Mund halten. Wie er aussieht, wird zwei Meter teleportiert. Oh, er ist ein Wigdell. Ah, Succesur! Succesur! Sehr schön. Äh, okay. Schön, schön. Wir saßen jetzt ein Jahr da drin. Ja, außer einer Hand. Schön. Ah, da sind wir wieder. Ein Jahr später. Metaxes. Metaxes. Null in Weiti. Sehr schön. Unbezahlter Urlaub, okay. Sehr schön. Sehr schön. Mit Niedermarkt der Wunder, Soldat Alfaller Dominidans. Null in Nog, der allesamt schärfe näher hin, der ältere Heim Borkipov. Nein! Wie können sie nur? Wir müssen ihn vernichten. Äh, sie. in der Blunde. In Skogur Donkledipsi der Alwe-Poste Dauhrhund. Und Niederpao, lock nur. Spatzenfinder! Spatzenfinder! Sehr schön. Erst nach unten. Okay. Erst nach unten, Spatzen, ja. Ja, schade. Wie weit wir nach unten spatzen, dann passiert nichts. Äh, bleiben wir bei Frostböe oder wieder Flamestrike? Äh, Flamestrike macht mehr Schaden und die dürfen hier nicht befeuern. Wir hätten, wir hätten auch, äh, Wächter. Guck mal, was ist denn Wächter? Äh, Leben, Leben, Blitz, Schild. Gut. Äh, Leben, Leben, Blitz, Schild. Aaaaaaah! Verbündete in der Nähe, belebt nach kurzer Zeit einen Spieler wieder. Oh, nice. Ich glaube, das behalte ich einfach mal. Nicht, dass das ziemlich OP ist, oder so. Ja. Pergamentmissbrauch! Wir hatten die gleiche Idee, aber nein, es tut nicht. Fokus wieder auf oder so. Es scheint auch keinen Boost drauf zu geben. Fokus wieder auf, oder? Toll. Toll. Leute, jetzt waren wir noch weit. Vielleicht? Ja, toll. Jetzt gerade wo es fertig ist, habe ich mein Schild angeschmissen. Oh, wen haben wir denn hier oben? Der sieht lustig aus. Wer ist das? Herr von Ameisen. Übrigens wieder eine Sammlung. 1 von 4. Ah, warte. Megalithen wurde der Haferd an einer unbekannten Kreatur geschlagen. Aber... Es ist ein Außerirdischer! Oh mein Gott. Sneaky, sneaky! Feuerschwerter, Mann. Feuerschwerter, meinst du? Ich hab ein Feuerschwer gemacht, hat gut funktioniert. Hm, okay. Ist halt quasi ne Heckenschede, ne? Im Prinzip ja. Wir wollen erst übers Wasser. Oh ja. Du hast den Goldfisch getötet. Ich hab ihn eingepfriert. Er ist nicht hier als Fleischbrocken! Ich hab ihn gebrochen. Oh mein Gott. Ich hab ihn gebrochen. Oh, ich hab ihn gebrochen. Ich hab ihn gebrochen. Achtung, Bombe! Das war nicht gut, das war gar nicht gut. Ah, danke. Flamestrike! Ich hab ihn gebrochen. Ich hab ihn gebrochen. Oh, da ist ein Blitzhebel. Er ist nach oben außen. Ja, ja, okay. Nun, okay. Lassen wir das. So Magiker ist Magiker gar nicht. Oh, da liegt ein Lollipop. Kann man den aufheben? Every Flavor Lollipop. High Life Damage. Nein, das ist nicht richtig. Das ist natürlich nicht zurück. Oh, der ist noch besser als die Karotte. Ja, es ist ja High Life Damage. Ich kriege ihn, Rett. Danke. Ich hab ein Ballflavor, Lollipop. Er hat alle geschmissen. Yay! Oh mein Gott. Ich bin traurig. Mein Geschmacksrichtung. Eie. Ganz genau. Aua! Es ist nicht so gut wie Lollipop Geschmack, aber... Ah ja. Äh. Namestrike! Oh, kaka. Das ist einfach so ein Wiese im Moment. Ja. Jede Menge Runen. Aha. IMAGIC. Und Runod. L7. Very Magic. Much Runes. So Stone. Wow. Guckt euch an was drauf gemalt. Ja, ich seh's. Ja, ich seh's. So geil. Ja, eben. Das du die ganzen Memes holen, ist traurig. Heile mich für Dragon Strike. A Dragon Strike? A Dragon Strike? Dragon Strike! More Dragon Strikes! Hehehehe! Hehehehe. Hehehehe. O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.. Oh yeah. Heheheh. Oh fuck. Hehehe. He is nuts. Das ist rausgegangen. Scheiße, was ist denn hier? Nach oben oder rechts? Nach oben. Da ist ein Wolf. Dragon Strike. Fuck. Das sind Wolf. Oh god. More Dragon Strikes. Wie gut, dass die FPS von Rauchdarstellung gemessen sind als im letzten Teil. Ja. Oh man. Oh. Warte was, hier ist ein Eichhörnchen. Ah, Urstamm. Was kann er? Unglaublicher Bonus zu Lebenszaubern. Sehr schwach bei allen anderen Elementen. Okay, dann kriegt ihn jemand, hier. Du kannst ihn haben. Du kannst uns heilen. Er ist hinter dir. Ja, ich weiß, ich kann ihn nicht... Ah, jetzt. Eichhörnchen, heil. Los. Hau uns mit deinem Lollipop. Und deinem Staff. Wait. Fies für Wund... Wieимерs Wund... Fies für Wund... Nee, wie wäre... tease für Wund... ...hello... ...äern... ...morning Wund... ...ichotherat vedود. Oh man Oh man Eine Eule eine Eule Ja Ein Ameisenhaufen Ja das auch Es sind Feuerameisen Hier ist noch einer Folg den Ameisen Guck mal hier Schon gewusst Aus Waldkadaver Was? Ja Nun Die Achievement Reihe heißt übrigens The Circle of Life Ja Oh Gott Franzosen Oh 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 man, nein der Urstamm ist gerade verschwunden. Dammit. Das ist doch einfach nicht mehr feierlich. Reds bitte, am besten außerhalb der Plumpen. Äh? Wartet weiter. Ja, der Starb der Eron, den hab ich die ganze Zeit schon. Das ist mein Standardstaff. Oh! Wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot! Nein! 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 Let's uns! Okay, warte, 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 wir müssen da unten einen Stein reinhauen. Auf ihn! Au! Danke! Danke! Oh! Dammit! Steine? Könntet ihr auch... Irgendwie... Könnt ihr mal gesteilen? Bitte retten! Oh ja! Ja! Ich bin dabei! Und jetzt bin ich auch gerade wieder draufgegangen. Äh, ja, ich habe das in Schiegel für so zu viel Heilen bekommen, weshalb alle in den Flammen standen und niemand geheilt hat. Boah! Nun! Autsch! Wie ist es so geil! Oh! Ich bin da ja! War da oben noch was? Ne, nein! Wölfe! Oh Mann! Wir gehen dann mal, ne? Wir gehen dann mal, ne? Ich glaube das ist ein Rätsel Nee bitch Outsch, da war mein Schild abgelaufen Damage, danke Okay also Feuer Wenn wir noch mehr dran denken würden den Wächter zu benutzen Äh, äh, was ist denn das, achso Frost Ein Blitz Ne, war schon War aber nicht an Doch, war an, bei mir schon Hat bei mir nicht geleuchtet Hat auch geleuchtet Was es getan hat weiß ich nicht, aber es hat auch geleuchtet Ja, genau Oh wir sind schon wieder bei 19 Minuten Aber den Ameisentypen können wir noch ansprechen Du wolltest was sagen Äh, ja Also Koalas sind also fette Eichhörnchen Mit diesen Worten entlassen wir euch Genau Vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen Wenn ja, lass deine Bewertung unter deinen Kommentaren Und wir sehen uns in der nächsten Episode bei Magica 2 Ich sag einfach mal Bis dahin, macht's gut Haut rein Bis dahin Bis dahin Bis dahin